Im Video Nummer 5 zeige ich Ihnen, wie Sie Bilder malen können, beinahe wie von Robert Rauchenberg. Als Grundbasis für diese Technik brauchen Sie Laserkopien. Im Film zeige ich Ihnen Möglichkeiten und Techniken und auf was Sie achten sollten. Ich bin mir sicher, dass auch diese Technik Sie begeistern wird.